Jo Leute, ich bin Fero und wir sind hier gerade im Schloss von Fulda und gleich noch haben wir auf jeden Fall einen Auftritt und ja, weil wir das Jubiläum von Smoky vorfeiern. Wir gehen mal rein. Hier ist auf jeden Fall jetzt eine sehr große Klappe und die müssen wir jetzt erstmal hochkommen. Habt ihr Bock da raus? Nein, gar nicht. Ey, ist das hier eigentlich ein Aufzug? Was für Aufzug? Bist du so faul? Und Leute, wart ihr schon mal im Schloss? Ja, schon. Und wo? Frankfurt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Leute, lass uns reingehen. Ja, komm. Noelle, hörst du auch diese elegante Musik? Mhm. Voll schön, was? Ne, lass mal Plätze suchen, komm. Okay. Oh mein Gott! Hier für Tim Fütterer VIP. Und hier für uns alle auf den Plätzen. For this yes, 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 for this yes und for this yes. Leute, wir sind gleich auf der Bühne, aber wir checken jetzt erstmal die Bühne ab. Ja. Also hier sind die Mikrofone. Fero, was machen wir eigentlich für Songs? Also ich glaube, wir haben heute einmal Energie. Das machen Can, Lenin und ich. Da haben wir noch Indie-Galaxie mit Colleen, Noelle und ich. Ja, das erste Mal Auftritt? Nein. Ah, ihr seid alle Füchse. Wir sitzen hier mit Erwin Meich von Smog e.V. und stellen jetzt ein paar Fragen. Also was erwartest du eigentlich jetzt von dieser Veranstaltung? Also ich hoffe, dass das allen Leuten, die hier sind, in Erinnerung bleibt als ein ganz fantastischer, toller Abend. Was ist das für ein coole Anhänger? Das Bundesverdienstkreuz. Das hat man mir 2010 verliehen, damals für mein soziales Engagement, bei Smog zum Beispiel. Und ich freue mich drüber, es ist eine Anerkennung für die Arbeit. Viel Glück beim Geweld. Dankeschön. Sehr viel Glück beim Geweld. So, genau das. Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Auftritt. Lass uns ein bisschen, das ist doch sagt er. Äh, nein, das ist doch bestimmt verboten. Das ist schon ein Weich. Nein, let's go. Leute, das ist bestimmt ein sehr krasser Raum, den erkunden wie das kommt. Ja, können wir uns. Leute, da gehen wir jetzt rein. Kommt. Okay. Wir lieber nicht rein. Leute, wartet mal, wartet mal. Ey, schaut euch einfach dieses Bild von dieser wunderschönen Konzessin an. Ja, das bin ja ich. Ja, das bin ich. Wartet mal. Dieser Schrank hier ist sehr gefährlich. Da liegt ein Monster. Ey, was ist das nicht ernst? Das mal weggehen. Junge, hör doch. Ey, das ist doch weggekommen. Junge, übertreib dich. Typisch, Jungs. Aber warum rennt Colleen jetzt weg? Ach ja. Bevor der Austritt beginnt, stärken wir uns erst mal. Was besseres hält dir gerade nicht ein. Mit dem Kopf durch die Wand in die Klarschreibe rein. Kenn keine Regeln. Jetzt mal echt. Nur wegen mir gibt es das Wort frech. Ich renn herum und schreit durch die Lobby. Chatte mit Girls. Das ist mein Hobby. Ich muss nur grinsen, dass sie mir verzeihen. Deine Scheißmeinung, die Jocko kein Schwein. Jona bleibt revolutionär. Girls wollen sich den Jungen erklären. Ich spiel kein Voice. Check, check. Ich bin bereit. Check, check. Was für ein Life. Check, check. Du bist nur ein. Dem, dem.